Nach dem neuen Espace sorgt der Renault Talisman auch in der Mittelklasse für frischen Wind. Der Talisman knüpft an dessen Technologie, Komfort und Exklusivität nahtlos an. Das elegante, dynamische Design und hocheffiziente Antriebe kennzeichnen diese neue Coupé-Limousine und machen sie außergewöhnlich begehrenswert. Der Renault Talisman führt mit seinen ausdrucksstarken vorderen C-förmigen LED-Tagfahrlichtern die neue Renault Lichtsignatur fort und reiht sich in die Riege der Mittel- und Oberklassefahrzeuge ein. Diese einzigartige, elegante und klare Lichtsignatur setzt sich am Fahrzeughack fort. Im Renault Talisman fühlen sich Fahrer und alle Mitfahrer äußerst wohl. Dazu tragen die komfortablen Sitze und das grosszügige Raumgefühl bei. Wie der neue Renault Espace ist der Talisman mit dem Multifunktionsdisplay R-Link 2 ausgestattet, mit dem alle Fahrzeugeinstellungen und Multimedia-Funktionen gesteuert werden können. Mit an Bord das Multisense-System. Dieses erlaubt dem Fahrer das Fahrwerk und weitere Fahrzeugfunktionen, dem Fahrstil von komfortabel bis sportlich anzupassen. Zusätzlich wird der Fahrer des Renault Talisman von einer Vielzahl an Fahrerassistenz und Sicherheitssystemen unterstützt. Die passive Sicherheit im Renault Talisman befindet sich selbstverständlich auf der Höhe der Zeit und wir erwarten 5 Sterne in der Euro NCAP-Wertung 2015. Der Kunde hat die Wahl zwischen drei Dieselmotoren und zwei Benzinmotoren. Alle Motoren sind verbrauchs- und emissionsoptimiert. Die drei Energy DCI Dieselmotoren entwickeln eine Leistung von 81, 96 und 118 Kilowatt und werden an ein 6-Gang-Schaltgetriebe oder an ein 6-Gang-EDC-Doppelkupplungsgetriebe angeflanscht. Die beiden Energy TCE Benzinmotoren mit 110 bzw. 147 Kilowatt Leistung werden mit einem 7-Gang-EDC-Doppelkupplungsgetriebe kombiniert. Auf Wunsch sorgt die optionale 4Control Vierradlenkung für noch mehr Agilität, Handling und Fahrsicherheit. Diese Allradlenkung in Verbindung mit dem einstellbaren Multisense-Fahrwerk ermöglicht ein optimales und sicheres Fahrverhalten in allen Fahrsituationen. Je nach Vertriebsland wird der Renault Talisman in vier Ausstattungsvarianten und in unterschiedlichen Versionen angeboten. Dem Kunden wird zukünftig eine breite Palette an Farbtönen zur Verfügung stehen. Der Farbton bei Markteinführung wird ein grauer Farbton sein. Der Farbton bei Markteinführung wird ein grau.